Wer sie nicht kennt, der hat was versäumt. Und wer sie kennt, wird zum Wiederholungstäter. Die Kernöl-Amazonen sorgen seit 10 Jahren dafür, dass uns das Lachen nicht vergeht, aber doch gelegentlich im Hals stecken bleibt. Bei der einzigartig steirisch-wienerischen Verbindung mit griechischen Einflüssen treffen kulturelle Welten aufeinander. Gestern Abend war Premiere des Jubiläumsprogramms. Gudrun? Karo? Gudrun? Sie sind wieder da, die Kernöl-Amazonen. Seit 10 Jahren gibt es dieses Duo und mit ihrem neuen Programm Stadt-Land beleuchten sie das Leben einer Landpomeranze und einer Großstadt-Tussi. Naja, ich komme halt aus der Stadt, gut, und sie kommt vom Land in die Stadt und da habe ich sie halt liebevoll aufgenommen und davon handelt dieses Stück. Ich bin Bäuerin und das ist wunderbar, ihre Lied, ihre Laht, ihre Hopsasa. Also eigentlich ist es so, dass meine Mission ist, dieses Kernöl zu verbreiten und das mache ich schon seit ein paar Jahren. Und genau. Ach so? Ja. Okay, gut. Schön, dass wir jetzt besprechen, warum es in dem Stück geht. Weil Männer und Frauen sind das nackte Grauen, wie sie sich stundenlang tief in die Augen schauen und die Frauen an den Frauen ihre Männer klauen und die Männer an den Frauen ihren Fuß abbauen. Wir schreiben beide die Lieder um, also wir suchen sie gemeinsam aus. Da gibt es ein, ja, mit Prosecco jetzt nicht wirklich, aber halt irgendwie so, wir setzen uns zusammen und dann tun wir ein bisschen blödeln und schauen, welche Lieder irgendwie uns taugen und welche passen könnten und sowas. Also ich bin keine Popprinzessin, das sage ich gleich. Also genau, da ist dann schon mal klar, dass ich das sicher nicht mache. Aber so eher so die zünftigen, so die Mundort-Sachen sind eher bei mir. Urbaner Dschungel oder ländliche Idylle, das Kabarett-Duo entführt in eine Welt voller Klischees und doch ertappt man sich dabei, alle Geschichten und Personen von irgendwo zu kennen. Ich mag das, wenn ich daheim bin und einkaufen gehe und dann einfach zwei Stunden brauche, weil ich mit jedem so vertrutschen muss. Das mag ich einfach und da fühle ich mich verstanden und da gehe ich heim und kann schon frohlockend meinen Kaffee trinken. Am Land muss man auch jeden grüßen. Warum? Ja, weil jeder jeden kennt. Und wenn ich einen nicht mag, dann grüßt du ihn trotzdem und schimpfst hinter seinem Rücken. Am Land, ja, das, also, da ist nix. Es gibt nix. Ja, das mag ich. Stadt, Land ist die humoristische Kulturanalyse im sechsten Programm der Kernöl-Amazonen.